Willkommen zurück, Komeil hier. In diesem Video gebe ich dir vier Tipps, wie du sofort besser aussehen kannst. Wenn du diese vier Tipps umsetzt, dann wird die Partnersuche für dich viel, viel leichter. Denn Frauen achten nun mal auch aufs Aussehen eines Mannes. Und wenn du besser aussiehst und attraktiver wirst, dann werden Frauen dich viel mehr beachten. Sie werden dir viel mehr Interesse zeigen. Der Einstieg ins Gespräch und auch das erste Kennenlernen wird viel, viel einfacher, weil die Frau dich ja auch mag. Und es kann sogar sein, dass Frauen in deinem Umfeld, die du gut findest, dich auf einmal in einem ganz anderen Licht sehen. Es kann ja sein, dass Frauen dich bisher nicht so beachtet haben in deinem Umfeld oder dich nur als Kumpel gesehen haben. Und auch das kann sich radikal ändern. Und vor allem kannst du diese vier Tipps umsetzen und besser aussehen, ohne dafür irgendwie monatelang ins Fitnessstudio rennen zu müssen oder irgendwie viel Zeit in Anspruch nehmen zu müssen. Das Ganze kann innerhalb von einer Woche passieren. Also innerhalb von einer Woche kannst du viel, viel besser aussehen. Und deswegen fangen wir auch mal mit dem ersten Tipp an. Und der erste Tipp ist, dass du dir erstmal klar machen musst, dass du verdammt viel rausholen kannst aus deinem Optischen. Ich werde dir gleich ein paar Bilder von Coaching-Teilnehmern von mir schicken. Einblenden hier. Und der erste Coaching-Teilnehmer sah am Anfang unserer Zusammenarbeit nicht besonders gut aus und er hätte von sich auch nie gedacht, dass er irgendwie attraktiv wäre. Er hatte kaum Matches gehabt im Online-Dating und auch Frauen haben ihm noch bisher nicht so viel Interesse gezeigt. Und innerhalb von einer Woche durch ein paar Handgriffe und ein paar Veränderungen wurde er dann plötzlich ein viel, viel attraktiverer Mann. Er hat viel mehr Blicke bekommen. Frauen haben ihn angeschrieben beim Online-Dating. Das heißt, er hat Matches bekommen, musste kaum was machen, wurde plötzlich angeschrieben. Auch Leute haben ihn in einem ganz, ganz anderen Licht gesehen, gar nicht wiedererkannt. Und das alles ist möglich, wenn man an diesen Dingen arbeitet. Auch ein anderer Coaching-Teilnehmer von mir, der war bisher nicht so der Meinung, dass er ein gut aussehender Kerl ist. Und auch er konnte mit ein paar Veränderungen plötzlich viel, viel besser aussehen. Und das Ganze lief für ihn dann auch viel, viel einfacher. Und diese Bilder und diese Veränderungen wollte ich dir mal zeigen, damit ich dir klar machen kann, es ist verdammt viel möglich. Auch wenn du dich optisch jetzt mal vielleicht nur so als eine 4 oder 5 von 10 siehst. Also 10 ist besonders gut, 1 ist besonders schlecht und du würdest sagen, du bist höchstens durchschnittlich oder sogar unterdurchschnittlich. Jeder Mann kann mit den richtigen Maßnahmen und mit den richtigen Sachen, die er tut, dafür sorgen, dass er optisch von einer 4, 5 zu einer 8, 9 oder 10 von 10 wird. Das geht. Du kannst ein heißer, attraktiver Kerl werden. Egal wie du aktuell aussiehst. Und ich habe schon alles gehabt. Ich habe da Männer, die zu mir gesagt haben, ich bin ein kleiner Kerl, das funktioniert nicht. Oder ich bin nicht hübsch im Gesicht, ich habe Haarausfall, was weiß ich. Haben wir alles hinbekommen. Und jeder dieser Männer wurde dann ein anschaulicher, gutaussehender Kerl und auch das ist für dich möglich. Der erste Tipp ist also rein Kopfsache, dass du erstmal dir die Möglichkeit gibst zu sehen, wow, okay, da ist viel drin. Ich kann ein gutaussehender Kerl werden. Und jetzt kommen wir zum zweiten Tipp. Und der zweite Tipp, wird dir dabei helfen, das praktisch umzusetzen. Und zwar, sorg dafür, dass du deinen Kleidungsstil und deine Frisur verbesserst. Du hast keine Ahnung, wie viel es ausmacht, was du trägst. Wenn du dir bisher keine Gedanken darüber gemacht hast, was du getragen hast. Oder bisher nur so ganz, dein Kleidungsstil sehr praktisch war. Also du hast einfach Sachen angezogen, die du auch zur Arbeit anziehen konntest. Oder eine Jacke, die du aber auch gleichzeitig angezogen hast, wenn du dich mit Freunden getroffen hast. Und wenn du wandern warst oder so. Und dir einfach gar keine Gedanken gemacht hast, was sind eigentlich stylische Klamotten. Dann hast du ein Problem und daran musst du ansetzen. Wenn du es richtig machst, wie bei den Bildern, wie ich es dir eben gezeigt habe, kannst du plötzlich viel besser aussehen. Das gleiche auch mit der Frisur. Du hast keine Ahnung, wie viel eine gute Frisur ausmachen kann. Je nachdem, ob du Locken hast, ob du glattes Haar hast, ob du langsam schon lichtes Haar hast, also ein bisschen Haarausfall hast, ob du volles Haar hast, welche Haarfarbe du hast. Bei all diesen Sachen kann man spielen. Und natürlich muss man es auch richtig machen. Denn wenn du es falsch machst, dann kann das Ganze auch nach hinten losgehen. Du musst zum Beispiel die Farben, die du wählst, bei den Kleidungsstücken, die müssen auch zu deinem Hautton passen. Der Stil, den du wählst, der muss auch zu dem Typ Mann passen, der du bist. Wenn du eher ein ruhiger, zurückhaltender Mann bist, dann passen einfach andere Kleidungsstile besser zu dir, als wenn du ein Typ bist, der vielleicht ein bisschen extrovertierter ist und einfach viel redet. Macht wirklich einen Unterschied, je nachdem, wie du als Typ drauf bist oder dein Alter. Wenn du ein Mann bist, Mitte 30, dann macht es für dich nicht so viel Sinn, Sachen anzuziehen, die gut aussehen, aber halt gut aussehen für einen Mann, der Anfang 20 ist. Weil du dann einfach nicht, weil du dann einfach irgendwie komisch aussiehst, wie so ein Typ, der immer noch, der nicht erwachsen wird oder so. Das heißt, du musst gucken, wie alt bist du, was ist dein Hauttyp, was für ein Typ Mann bist du, auch was für einen Beruf hast du, wie möchtest du dich gerne geben. Und je nachdem musst du dir dann dafür auch einen Kleidungsstil aussuchen, der passt. Die Farben müssen zueinander passen, müssen zu deinem Hautton passen. Und um das alles umzusetzen, musst du kein Fashionmodel sein oder so. Das hätte ich vielleicht im ersten Moment erstmal noch ziemlich viel an. Aber das Ding ist, ich habe zum Beispiel für meine Coaching-Teilnehmer im Coaching-Programm, habe ich eine PDF-Seite. Das ist eine DIN A4-Seite, wo alle Styling-Regeln sehr einfach und verständlich drinstehen. Und jeder Mann, egal wie schlecht er bisher darin war, sich zu kleiden, jeder Mann hat diese Anleitung verstanden. Also Männer, die bisher nichts mit Style am Hut hatten, konnten mit diesen Regeln sehr, sehr einfach verstehen, wie ein guter Style auszusehen hat. Das heißt, man kann das einfach lernen, man muss halt nur wissen, wie das geht. Für meine Coaching-Teilnehmer suche ich auch teilweise auch Styles aus. Wir gucken uns an, mit welchen Kleidungen, wie fühlen sie sich wohl, welche Jacken passen zu ihnen, welche Oberteile, welche Hosen. Und dann kann ich ihnen auch einfach direkt was aussuchen und relativ einfach so eine Transformation im Stil erzeugen. Also das geht, die Sache ist halt einfach nur, man muss es auch wirklich umsetzen. Egal, ob du es jetzt alleine machst oder dir eine Beratung holst oder so, sorg dafür, dass dein Kleidungsstil und deine Frisur passen. Und Tipp Nummer 3 sind deine Hände. Frauen achten, das ist auch in Umfragen bewiesen, Frauen achten, wenn sie nun mit einem Mann sprechen, erst mal auf sein Gesicht, auf seine Augen gucken, okay, ist der Mann selbstbewusst, kann er mir in die Augen schauen. Und danach, das nächste, worauf sie dann achten, sind immer die Hände des Mannes. Und wenn deine Hände ungepflegt sind, vor allem deine Fingernägel ungepflegt, dann hast du schlechte Karten in der Partnersuche. Frauen schauen automatisch auf die Hände und die haben dann einen sehr laserscharfen Blick drauf, um zu schauen, okay, hat dieser Mann gepflegte Nägel. Das heißt, wenn du zum Beispiel Fingernägel kaufst, lass es auf jeden Fall sein. Wenn du deine Fingernägel gar nicht schneidest, dann fang an, sie zu schneiden. Aber auf der anderen Seite darfst du sie auch nicht zu kurz schneiden, dann musst du ein gutes Mittelmaß finden, damit deine Hände einfach attraktiv aussehen. Wenn du eine trockene Haut hast, dann creme sie ein. Eine Frau, also es kann sein, dass du diesen Tipp gar nicht auf dem Schirm hattest bisher, aber eine Frau achtet darauf, wie die Hände eines Mannes sind, weil sie sich überlegt, immer unbewusst, wie wäre es, wenn dieser Mann mich berührt. Und da will sie halt einfach von gepflegten schönen Händen berührt werden. Und du kannst einfach so viel rausholen. Es kann sein zum Beispiel, dass Frauen bisher sehr wenig Interesse dir gezeigt haben und du dachtest, es liegt irgendwie daran, dass du nicht interessant genug wärst, dass Frauen irgendwie komisch sind heutzutage. Es kann aber auch einfach sein, dass deine Hände bisher nicht gepflegt waren und du deswegen immer vermasselt hast. Kann gut sein. Deswegen sorg dafür, dass deine Hände besser aussehen. Und wenn du jetzt schon merkst, dass dich dieses Thema anspricht und du gerne mehr Videos sehen möchtest, wie du erfolgreicher wirst in der Partnerschaft, wie du die richtige finden kannst, dann abonniere mal diesen Kanal. Und was du auch noch machen kannst, ist, du kannst gerne einen Kommentar schreiben und reinschreiben, ich habe abonniert, weil dann weiß ich, dass du abonniert hast. Ich kann gerne auf deinen Kommentar antworten und dich auch mal einfach persönlich fragen, welche Videothemen interessieren dich denn? Denn ich bin da immer neugierig zu wissen, welche Themen Single-Männer interessieren und über was ich gerne, über was ich reden soll. Das kann ich auch gerne machen. Deswegen abonniere den Kanal und kommentiere auch gerne, wenn du möchtest. Und jetzt möchte ich aber auch noch auf den letzten Punkt zu sprechen kommen und zwar Tipp Nummer 4. Und Tipp Nummer 4 ist deine Körpergröße. Du würdest dir jetzt denken, ja okay, meine Körpergröße ist meine Körpergröße. Kann ich ja nicht verändern. Nicht ganz. Da ist schon ein bisschen Spielraum. Zum einen, man muss es nicht erwähnen, je größer du bist, desto einfacher hast du es. Wenn du ein größerer Mann bist, dann hast du es ein Ding einfacher als ein Mann, der einen Ticken kleiner ist. Aber, jeder Mann kann optisch größer wirken, wenn er nur weiß, wie er es anstellt. Denn, es kann ja sein, dass beispielsweise auf deinem Personalausweis oder auf deinem Pass steht, dass du zum Beispiel 1,76 groß bist. Aber diese 1,76, die du hast, wenn die auf deinem Personalausweis stehen, das ist die Größe, die du hast, wenn du wirklich komplett gerade stehst. Aber im Alltag haben wir aufgrund einer schlechten Körperhaltung, sehen wir in der Regel kleiner aus, als die Zahl, die eigentlich auf unserem Pass steht. Es kann sein, dass du eigentlich 1,76 groß bist, aber auch siehst wie 1,72 oder 1,73, weil deine Körperhaltung schlecht ist. Und deswegen ist der einfache Tipp, den ich dir geben will, sorg dafür, dass deine Körperhaltung aufrecht ist, damit du zumindest die Körpergröße, die du eigentlich hättest, auch wirklich zeigen kannst. Die meisten Männer sehen viel kleiner aus, als sie es eigentlich sind. Und hier ist es wichtig, dass du jetzt nicht irgendwie denkst, dass du irgendwie ganz steif stehen musst und dass du jetzt irgendwie auf Krampf eine aufrechte Körperhaltung haben musst. Darum geht es gar nicht. Wenn deine Körperhaltung nicht aufrecht ist, dann hat das mehrere Gründe. Entweder du bist einfach nur nervös. Wenn wir nervös sind und von einer hübschen Frau stehen, dann machen wir automatisch eher ein Rundrücken. Und wenn du einfach nur dich in diesem Moment dabei erwischst und merkst, oh, wieder ein bisschen aufrecht, dich ein bisschen aufrecht ist, dann wirkst du automatisch größer. Und der zweite Punkt, warum unsere Körperhaltung nicht so groß ist und nicht so gut ist, ist, dass wir muskuläre Disbalancen haben. Klassisches Beispiel ist der Typ, der Bodybuilding macht und eine voll aufgepumpte Brust hat, aber seine Rückenmuskel nicht so stärkt. Also sorg dafür, dass du da ein ausgeglichenes Verhältnis hast. Denn wenn du ein ausgeglichenes muskuläres Verhältnis hast, dann hast du automatisch eine aufrechte Körperhaltung. Dann siehst du automatisch größer aus. Und das Ding ist, vor allem, wenn eine Frau einen Mann sieht, dann achtet sie bei der Körpergröße auch auf die Körperhaltung. Also wenn ein Mann aufrecht steht, sieht er automatisch größer aus. Denn eine Frau hat ja, wenn sie die Größe eines Mannes beurteilt, ja nicht irgendwie einen Maßstab im Kopf und denkt sich, ah, dieser Mann sieht aus wie 1,75 oder 1,70 und deswegen ist er klein. Die Frau hat einfach nur ein Bauchgefühl und denkt sich, sieht dieser Mann groß oder klein aus? Und du kannst beispielsweise nur 1,69 groß sein, aber groß aussehen. Natürlich wirst du niemals so groß aussehen wie ein Typ, der 1,90 ist, aber das Ding ist, du kannst groß wirken. Und eine Frau hat aufgrund einer aufrechten Körperhaltung eher das Gefühl, dass sie mit einem starken, selbstsicheren Mann redet und sie assoziiert nicht direkt damit, dass du besonders klein bist. Also klein sein hat viel mit der Körperhaltung zu tun. Und ein Tipp, den ich dir geben kann, ist folgendes, schau mal, ob du mit gewissen Einlagen, orthopädischen guten Einlagen dafür sorgen kannst, dass deine Körperhaltung aufrecht ist, damit du immer größer aussiehst. Denn, wie gesagt, es hat oft mit muskulären Disbalancen zu tun, wenn deine Körperhaltung schlecht ist. Und du könntest jetzt entweder ins Fitnessstudio rennen und dafür sorgen, dass deine Körperhaltung besser ist oder irgendwelche Übungen dafür machen. Rückenübungen sind immer sinnvoll, aber das Ding ist, oft fängt das Problem schon bei den Füßen an. Und ich selbst habe mal mit einem guten Orthopäden zusammengearbeitet, der mir Einlagen verschrieben hat, die dafür gesorgt haben, dass meine Körperhaltung auf einmal viel gerader war. Und dann haben auch Frauen in meinem Umfeld mich gefragt, ich kann nicht wissen, dass du größer geworden bist. Dabei war ich ein erwachsener Mann. Also ich bin nicht mehr gewachsen, aber die Körperhaltung, die automatisch größer, die automatisch besser war, hat dafür gesorgt, dass ich größer aussehe. Und das alles fängt damit an, dass deine Füße stabil stehen. Also wenn die Füße nicht stabil stehen auf dem Boden, dann ist deine Körperhaltung automatisch nicht gut, weil du muskuläre Disbalancen hast. Und da können Einlagen helfen. Ich selbst habe einen Experten, dem empfehle ich auch Kunden von mir, wenn sie da Probleme mit haben. Und auch da, wenn sie sich einfach nur diese Einlagen besorgen, sehen sie auf einmal größer aus, weil sie aufrechter stehen. Und dann muss man sich nicht die ganze Zeit irgendwie aktiv daran erinnern, dass man aufrecht steht, weil mit den richtigen Einlagen und der richtigen Stabilität in den Füßen siehst du automatisch größer aus, weil du aufrechter stehst, immer, ohne darauf zu achten. Und wenn du merkst, dass diese Tipps dich ansprechen und du es umsetzen möchtest, dann kannst du dich gerne auf ein Beratungsgespräch bewerben. Den Link findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass dir diese Tipps geholfen haben. Setz sie gerne um und du wirst sehen, dass du viel, viel attraktiver wirst. Und dann kannst du dir die Tipps nachts sehen, wenn du dich mal auf und du wirst. Vielen Dank.